Showa Dainichi Toyota, 60 cm, Sansai, nämlich. Der ist super gut, aber der wird noch besser, der ist ja noch nicht fertig. Hat schönes Motogoro an beiden Flossen. Hinten da, wo das Penny so gelb ist, da hat sich ein Zoom aufgelöst. Das kann wieder kommen, muss man jetzt abwarten. Ansonsten ist der Koi wirklich super gut. Ganz, ganz geil.